Yo, Freunde und herzlich willkommen zum 2000 Abonnenten Special hier auf meinem Kanal. Jetzt gleich werdet ihr das Texture Pack Release bekommen mit Download und in der Videobeschreibung. Bedeutet, ihr habt jetzt die Möglichkeit, mein Texture Pack, was ja wirklich lange, es hat ja wirklich lange gedauert, bis ich das jetzt released habe. Viele haben drauf gewartet, viele haben mich immer angeschrieben, ey, yo, Reapers, wann gibt's denn jetzt eigentlich dein Texture Pack? Ja, Leute, heute ist der Tag. Heute jetzt, genau, könnt ihr mein Texture Pack downloaden. Das ist ja das schöne, beliebte 2K Pack. Also ihr seht da, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel Resource Pack öffnet, dann seht ihr hier bei Reapers 2K Texture Pack. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ja, hier seht ihr so ein paar Texturen. Hier war ich so ein bisschen was am Bauen. Wollte eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, weiß gar nicht, was ich hier bauen wollte. So ein Jump'n'Run irgendwie. Ähm, auf jeden Fall, unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Download. Mich würde es freuen, wenn ihr wirklich, jeder, der das Ganze downloadt, einfach mal ein Like droppt. Und, äh, das wäre auf jeden Fall mega cool. Ich weiß, das sind nicht meine Texturen. Das ist nur ein Misch. Von daher, äh, den Download wird es trotzdem für immer geben. Ich, äh, ja, ich scheiße da letztendlich eigentlich drauf. Ähm, ja, ich zeige euch ganz kurz nochmal so ein bisschen die Schwerter. Äh, zack, äh, zack, äh, zack. Das sollten wir vielleicht auch in der richtigen, äh, Reihenfolge machen. Ja, das Diamantschwert ganz klassisch. Ich finde dieses Schwerter mega, mega cool. Und, äh, deswegen habe ich die auch ausgewählt. Und, äh, ja, auf jeden Fall eigentlich ziemlich klassisch. Die, äh, Rüstungsdinger sind aus dem Crafting Farbotexture Pack. Und der Bogen ist aus dem Phasen V3 Pack. Auf jeden Fall richtig nice. Hat auch so eine Animation rechts. Und, äh, auf jeden Fall richtig cool. Der tötet auch recht schnell mit zwei Schüssen, glaube ich, oder? Nee. Neu jetzt, okay. Alles klar. Auf jeden Fall, mich würde es freuen, wenn ihr das Ganze downloadet und, äh, dann auf jeden Fall Like droppt. Ähm, ja. Morgen geht es weiter ganz normal mit dem Video. Und die nächsten Tage möchte ich natürlich auch nochmal was ansprechen. Und zwar habe ich gemerkt, dass meine Community mega inaktiv geworden ist. Ich finde das scheiße, klar. Jo, aber mich würde es einfach freuen, wenn wir bei diesem Video, äh, irgendwie die 30 Likes oder so packen. Das wäre einfach mega, mega cool von euch. Und, äh, würde mich auch persönlich freuen. Und, äh, vielleicht sogar die 40 Likes. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns sonst beim nächsten Mal. Und, äh, dann geht es morgen weiter mit Minecraft wieder. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Checkt das letzte Video noch aus. Und danke für 2000 Abonnenten. Mich freut das wirklich mega. Es wird vielleicht auch noch ein 2.0 Special kommen. Ich überlege mir da noch was Cooles. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Und, ciao.